Bringen Sie uns in eine Fluchtlage von 85 Grad. Antriebskraft zwei Drittel runtersetzen. 85 Grad. Sie bockt wie ein sterbischer Esel. Schwerkraft? 5, 4, 6, 9, 6, 0. Noch immer steigen. Auf Handbedienungsscheidung. Gravitation 0. Antrieb abschalten. Kapitän, ich weiß nicht recht, wie lange die Maschinen gegen eine solche Kraft funktionsfähig leiden. Kehren wir lieber um. Doch nicht. Ich glaube, wir können uns einen Vorbeiflug leisten, aber dann müssen wir auf Teufel kommen, alles weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017